hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge richtig bloons tower defense 6 hier auf meinen kanal auf glück locker und win ist win ok ich will das nicht klauen aber ich kann es noch nicht mal leisten wie hat er das gemacht dass ich das gleich leisten konnte ok ich mache mein ding mein ding heißt immer wieder boote immer wieder sonntags kommt die erinnerung wedi 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 ich kann auch nicht hier sage und scheiß sicherheitshalber immer die reißnägel ganz am ende so viel wie möglich und so länger hält es die bloons auf gut ist weiter geht's keine zeit keine zeit verlieren nein ok wir machen das was ich in einem video eines sehr großen den ich bewunderenden youtuber gesehen habe nur dass wir mit dem schiff hier anfangen und dann auf das hier gehen wir machen es anders als ich mache das nicht so wie er dann wird es ja geklaut ich habe meinen eigenen kopf meine eigene ideen meinen eigenen stil also machen wir das so das boot ist so schön op er kann so schön weit schießen und das ohne getunet zu sein das ist schon nice 800 ja komm 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 ob ich meine tian gerne einsetzen will jetzt müssen wir jetzt mal ein bisschen geld machen naja ist doch kein problem ok wir brauchen noch ein bisschen mehr geld ja es sieht aber sehr sauber aus sehr stabil es läuft alle beine hinab naja das hoffen wir nicht ne ja komm 300 300 oh sie laufen sie erstmal durch nein ach super geil oh außer reichweite des bootes kein problem sehr entgegierter fahrt sehr schön so muss das sein so ist es schön so wollen wir es haben ja okay ja super ich brauche noch mehr geld immer mehr geld geld gibt mir geld ja ich werde keine informatik bauen so was mache ich nicht das ist nicht mein ding ich gucke mir das sehr gerne bei denjenigen an bei den großen glp äh bin natürlich auch wegen ihm auf das spiel gekommen spiel es ja auch privat habe es auf dem handy auf dem tablet und auf dem pc ja jedes mal knapp 6 euro ich weiß gar nicht okay mein kleiner magier du wirst stärker ja machen lenkmagie machen lenkmagie ja komm sehr schön oh wie das knallt das feuer brennt wie die sonne haha das war gelogen ich habe nichts über getarnt in ein mein idien ah ich brauche mein idien scheiße was zur helle sind das für ballons ich spiele normale runden und es kommen so komische die ganz schnell durchschießen schon seit zwei tagen oder so was ist das die sind radikal schnell etienne bruder ich brauche dich nein etienne das würde ich so niemals sagen also ganz ehrlich etienne schäm dich rülpst du hier einfach in mein mikrofon du kleiner franzose du ich würde dreckiger sagen aber ich weiß nicht ob es eine beleidigung ist ich meine das wirklich nur spaß ich liebe den drohnenhelden ja sehr schön ja super klasse ja super perfekt damit können wir arbeiten also vollgas ja wir machen uns mal wie er wir gehen auf bomben ja wir covern nur ein bisschen das video aber ihr seht habe mache ich schon wieder was ganz anderes als er aber ich klaue auch keine videoformate nur zu 5% 20 ok 20 ja komm wir wollen nicht lügen 20% geklaut ja getarnte getarnte ja gut wenn der scanner weg ist wäre nicht schlimm etienne und das flugzeug können getarnte was sehr schön ist ne ne wir gehen auf den genau wir gehen knallhart weiter aufs feuer drauf ok ich krieg das immer wieder hin so wups ist weg ich bin zwar kein fan von plantagen aber mann ich ziehe ein zu weit rüber das ist gleich wieder aus dem bild weg der kleine aber ich habe gehört mit plantagen kann man viel geld machen ich bin da nur zu blöd für aber egal ja so sieht es doch schon gut aus es läuft ok spielen ohne probleme sehr schön dann habe ich gehört dass so ein haus mehr entrag gibt toll dann müssen wir auf größerem radius zungeltrommeln und dann gehen wir auf unten ja vielleicht schneide ich ein bisschen was raus und wir gucken wie weit wir kommen da bin ich mir selber noch nicht sehr sicher weiter 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 se boom oh 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 scheiße oh kack ok cool war nicht so stabil war nicht so stabil so 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 Okay, angeblich gibt es hier mehr Geld, habe ich gehört. Wir machen natürlich jetzt noch eins. Ich will nicht, dass er das Vordere nimmt, hoffe ich. Okay. Ich würde sagen, wir tun den trotzdem noch ein bisschen. Vielleicht gibt es dann am Ende auch mehr. Egal, welche davon weglutscht. Ah, ich kann weiter powern. Schön. Ich habe das hier noch gar nicht fertig. Faszinierend. Ja, super. Noch zwei Runden. Wir haben das reguläre Geschäft durch und mit wieder wenig auf der Karte viel Schaden angerichtet. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie weit wir kommen. 15.000. Scheiße. Oh, kacke. Ist ja nicht so, dass wir nicht irgendwas haben, was wir einsetzen können. Ist ja nicht so, dass... Ne, wir haben ja nichts, was wir einsetzen können. Deswegen können wir hier ein bisschen Druck machen. 15.000 kommt schon. Das kriegen wir hin. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Ich werde jetzt eigentlich mal zu dem Grund ein bisschen cutten. Weil das Video nicht so lang werden sollte. Wie, da hat alle eingesammelt? Alles drumherum hat er eingesammelt? Ich muss mein Ding machen. Ich komme nicht klar, wenn ich so mache wie andere. Das geht nicht. Ich brauche unbedingt mein Ding. Wir machen hier mal mein Ding. Und heizen den ein bisschen ein. So, jetzt bauen wir erstmal die vier Törme fertig auf. Weil dann haben wir noch ein bisschen Schutz. Und die rasieren eigentlich auch sehr gut und sehr stark. Ja, das sieht doch schon mal ganz anders aus, oder nicht? Ja, super. Ja, das macht mir schon mal weniger Angst. Wo ist mein Verzeiger? Hier. Ja. Das läuft doch sehr stabil. Und ich habe doch kein Ziel. Sehr schön. Vielleicht noch Lobot reinsetzen? Ja. Ja, 20.000 brauchen wir noch. 20 verdammte 1.000. Okay, die Banken hauen doch auf einmal Geld raus. Ja, sehr schön. Ja. Einmal voller Angriff. Ja, Feuerdrache. Sehr schön. 15.000. 15.000 war ein abends 1.000. Bitte. Bevor die... 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 Die, die Tee kommt? Die N.T.? Die, 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 die Tee. Keine Ahnung, wie die heißt. Ich weiß immer noch nicht. Ich Idiot. Ja, kommt schon. Noch 5.000. 5.000 kommt schon. Ja. 5.000 zum 1.000, zum 2.000 und zum 3.000. Ja, komm, 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 komm. Ja, komm, komm, komm. Komm, ja, ja, ja. 3.000, 2.000, komm schon. 1.000. Ja, 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 ja. Inferno. Ich sehe meinen Zeiger schon wieder nicht. Da brauche ich 24.000. Inferno ist schon mal ein sehr starkes Ding. Wie viel kostet das Ding? 35.000. Okay, wir holen uns die Superbombe. Superbombe. Oh, oh. Oh, ich habe nicht gedrückt. Alter, es wurde aufgehalten. Ja. Naja, Runde 93 sollte Standard sein, ne? Scheiße, nicht bei mir. Okay. Okay, ja, gut. Die Bank macht sich doch bezahlt. Hätte ich nicht gedacht. Man kommt wirklich sehr schnell auf Geld. Das habe ich nie gedacht, dass ich das Geld mal da investiere. Aber ja, macht was aus. Ja, Inferno und der andere Turm. Yo, die rasieren alles, Alter. Ah, ein bisschen kommt es durch. Aber das wird trotzdem auf der anderen Seite gestoppt. Sehr schön. Alter, Inferno, Baby. Alter, Inferno rasiert alles. Und es gibt Kohle, Kohle, Kohle. Shut up. Warum, das war doch schön. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir sparen und versuchen auf den Phönix zu sparen, ja. Wir versuchen. Wir versuchen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh mein Gott Alter, ich will Panik, ey Okay, wir machen noch was, ich mach noch was Ich mach noch was, ich hab noch eine Idee Oh mein Gott Okay Die 35.000, kriegen wir die noch hin 111 Ich glaub das ist mein Rekord Alter Ich hab nichts zum drücken, komm schon Gib mir was Geschafft Wie keine 35.000, ach komm schon Ein bisschen mehr Druck von vorne Yes, so geht das Alter, ich verliere jetzt Oh nein, die laufen durch Die, 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 die Nein Danke fürs Zusehen Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Morgen Und einen noch besseren Abend Und ich bin hier mit raus 112 111 gemeistert 112 versagt Ich glaub das ist mein Bestes, glaub ich Ich bin mir nicht sicher Ich bin hier mit raus Peace Ich bin hier mit raus Ich bin hier mit raus Untertitelung des ZDF, 2020